Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Papa, das war Zephyros nicht? Er hat das getan, oder? Zephyros, Zaltaten, Marco, Shinra, sie alle. Ich hasse sie alle! Geh! Mutter, ich bin hier. Lass mich bitte ein zu dir. Wie konntest du nur... Wie konntest du so etwas tun? Wie konntest du... Dabei hattest du doch versprochen zu helfen Wenn ich mal in Hot bin. Mutter, ich bin es. Mutter, lass uns diesen Planeten zurückfordern. Ich, ich hatte eine Vision vom verheißenen Land. Selfie Ross! Mutter, sie sind wieder hier. Sie kamen und entrissen dir diesen Planeten. Ein Sakrileg. Doch gräme dich nicht, Mutter. Von nun an werde ich immer bei dir sein. Du hast meine Mutter und tiefer getötet und das Dorf in Brand gesetzt. Ich bin der Auserwählte. Schon bald werde ich über diesen Planeten herrschen. Dabei habe ich dir vertraut. Aber du bist nicht länger der Strahlen der Hälte nicht einst kannte! W�ah! Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist meine letzte Erinnerung Mehr weiß ich leider nicht Hey, 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 hey Der große Sephiroth Während einer Übung verschollen Das lief damals in den Nachrichten Und dann, einige Tage drauf Hieß es, dass er in Wahrheit im Kampf gefallen sei, nicht? Ja, genau Die Nachrichten werden von Shinra fabriziert Und die machen eh, was sie wollen Wer sowas glaubt, ist selber schuld Hör mal Also ich hab das geglaubt Oh, na sowas Shinra schreckt halt auch vor Desinformation nicht zurück Was auch immer damals passiert ist Unser Kampf mit Sephiroth in Midgar war real Fest steht Er lebt Zumindest existiert Zumindest existiert Er Warum ist er jetzt wieder aufgetaucht? Was hat er All die Zeit gemacht? Sephiroth will seinen Plan in die Tat umsetzen Den Planeten zusammen mit Genova zurückfordern Und sich dann zum Herrscher über alles machen Nach fünf Jahren? Ich kann das nicht glauben Es ergibt keinen Sinn Auf diese Genova kann ich mir auch nicht so rechten Heim machen Entschuldigung Ich bin Das Leben hier draußen nicht so gewöhnt Mein Rücken Ist voll verspannt Zeig mal her Oh weh Aber lässt sich sicher richten Gehen wir Gut Machen wir Schluss für heute Ich mein Was die Silberlocke so vorhat Können wir am Ende eh nur raten, oder? Mhm Schlaf gut Gute Nacht Bist du Noch wach? Mhm So gerade noch Ich frag mich Was Cloud wohl In den letzten fünf Jahren gemacht hat? Woher Soll ich das wissen? Na du weißt doch sonst so viel, nicht? Ich wusste es vielleicht auch mal Bis Es mir genommen wurde Mhm Ausgelöscht wurde Wegen der Mäuren? Möglich Vielleicht haben sie mir meine auch genommen Deine was? Mhm Das klingt sicher komisch Aber ich glaub Cloud war vor fünf Jahren gar nicht in Nibelheim Wchen Vielleicht friendship Ich bin raus Doch Ich bin really nee Cloud, bist du wach? Habe ich dich geweckt? Tut mir leid. Kein Thema. Ist was passiert? Nein, nicht wirklich. Ich wollte dich bloß etwas fragen. Können wir kurz reden? Klar. Okay, aber nicht hier. Komm mit. Tifa starr durch meine Hand. Wer ist also diese Frau? Ein Rat. Vertrau ihr besser nicht. Mitger liegt. Da drüben, oder? Weißt du... Ich wollte dich auch was fragen. Nur zu? Ich hab dich... gesehen. Damals im Reaktor. Du warst verwundet. Und du hast verdammt stark geblutet. Ich war sicher, du würdest sterben. Soll das etwa heißen, du misstraust mir? Dass ich jemand ganz anderes bin? Hm? Ich hatte nicht im Traum erwartet, dass du sowas denkst. Hier, sieh doch. Da! Meine Narbe! Wenn Meister Sangan nicht gewesen wäre, wäre ich wohl wirklich tot. Er hat sein Leben riskiert, um mich zu retten und zurückzutragen. Der Arzt im Dorf hat mich noch nachts operiert. Und die Krankenschwestern waren die ganze Zeit über bei mir. Nur dank ihres Einsatzes bin ich noch am Leben. Und wo warst du? Was hast du denn... die ganze Zeit gemacht? In all den fünf Jahren. Das ist alles unter Verschluss. War ja klar. Ich geh zurück aufs Zimmer. Anscheinend waren wir doch nicht so gute Freunde, wie ich immer gedacht habe. Kann sein. Und ich hab mich so gefreut, dich wiederzusehen. Gibt's Stress? Nein. Wir brauchen wirklich nicht noch mehr Probleme. Klar. Nacht. Morgen sieht die Welt schon wieder anders aus. Morgen sieht die Welt schon wieder anders aus. Was ist das? Eine kleine Aufmerksamkeit unseres Hauses. Eine Partie Karten macht aus Fremden schnell Freunde. Probiert's doch mal aus. Blut der Königin? Mitka, sieht sich einer bisher beispiellosen Bedrohung ausgesetzt. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hatte noch gar keine Gelegenheit, mich vorzustellen. Mein Name ist Broden. Ich führe dieses bescheidene Etablissement. Deine Freunde sind bereits aufgebrochen. Ah, richtig. Dein großer Freund hat eine Nachricht für dich hinterlassen. Hey Cloud, alte Schlafmütze. Den heutigen Tag hast du frei. Kannst dich ja mal um deine Ausrüstung kümmern. Das sollte ich ausrichten. Schau doch einfach mal im Waffengeschäft vorbei. Ja, warum nicht? Ach ja, und hast du... In dem Fall solltest du auch mal die Zauberfibel besuchen. Hier in Kalm befindet sich nämlich die Hauptfiliale dieser Rille. Die Gelehrten dort sind einige der Besten ihres Fachs. Die holen das Optimum aus deinem Kodex raus. Und wenn ich mich recht entsinne, ist das erste Mal sogar gratis. Guten Morgen. Warst wohl ziemlich erschöpft, was? Hast du auf mich gewartet? Ich hatte noch keine Gelegenheit, euch zu danken. Dafür, dass ihr mich befreit habt. Aus den Klauen von Hojo. Kleinigkeit. Selbst wenn. Ich begleiche meine Schulden. Ich werde euch begleiten. Ach ja, wenn du die Ausrüstung prüfst, dann kümmere dich auch um meine. In Ordnung. Ziemlich dreist für'nen Neun. Ziemlich dreist für'nen Neun. Ziemlich dreist für'nen Neun in die Klauen. Ziemlich dreist für'nen Neun. Das war nicht so groß, was... Mit dem Kahn. Willkommen! Ihr seid nur in der Gegenpass. Heute geht ein Sonderkampfzeit. Wie wäre es mit deinem Twink? Fuß? Was? 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 Hallo! Oh! Nettes Schwert, das du da hast. Ah, sieht aus, als hätte dir schon einige Schlachten geschlagen. Gibt aber nichts, was sich nicht noch verbessern ließe. Auch aus deiner Waffe lässt sich sicher noch was rausholen. Was ist? Willst du's mal ausprobieren? Das nenne ich auch poliert. Und eine gut gepflegte Waffe ist eine glückliche Waffe. Du solltest dein Arsenal stets gut in Schuss halten. Oh! Und wo du schon mal hier bist, schau dich doch auch etwas um. Na dann, Heft und Klingenbruch. Soll du sonst die scariest werden? Hä? Holz, Kucke, Holz, Kucke! In Mitge erscheint sich ja schlimmst du quasi... Ey! Frische Fische! Baut! Willkommen! Oh mein Gott! Schatz. Wir haben ihn! Kommt etwas! Nichts! Tretet her! Kommt heran! Es war so! Was? Es war so! Es war so! Was ist los? Oh! Cloud! Guten Morgen! Na? Was machst du hier? Ich... Hab dich gesucht! Ach so! Willst du ein Buch kaufen? Falls ja, hast du danach vielleicht Zeit? Wir könnten auf den Turm steigen. Klar. Warum nicht? Wirklich? Toll! Also gut, ich besorg die Eintrittskarten. Wir treffen uns vor dem Turm. Tag auch! Willkommen in der Zauberfibel! Hm? Wohl noch nie mit einem Kodex gearbeitet, was? Um sich das darin enthaltene nützliche Wissen anzueignen, bedarf es einer gewissen Grunderfahrung. Sie sehen allerdings aus, als wären sie bereit dafür. Probieren wir es doch aus! Na also, der Anfang wäre gemacht. Aus den Kodizes kann man übrigens noch mehr rausholen, wenn man enger mit seinen Mitstreitern vertraut ist. Wenn ich wieder mal was für sie tun kann, schauen sie jederzeit rein. Was? Als nächstes bin ich auf den Aufruf. Was? Was? Äh! Die reaktorexplosion ... Schuhe von den Leuten? Wir können uns mit einer Kugel tun. Oh, Cloud! Hier bin ich! Na dann, los geht's! Mitgar liegt in dieser Richtung, oder? Ich glaube, ja. Von hier aus wirkt es winzig klein. Ist ja auch weit weg. Sag mal, war eigentlich was mit Tifa? Wir teilen uns schließlich ein Zimmer. Hat sie was gesagt? Das war nicht nötig. Es war zu spüren. Freunde aus Kinderzeiten sind viel wert. Man muss sie sich bewahren. Das war ein Scheiß. Ruf auf, Fee! Aufteil! Hündin! Avalanche! Vorwärts! Ah! 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 Meinst du, die suchen uns? Wahrscheinlich. Hey! Was soll das? Weg hier! Ah! 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 More! folgt mir! Ah! Niemand hier! Noch keine Spur! Vereinbarung! Und ihr seid Flüchtling, die den Reander in die Luft gejagt haben. Keine Angst, ich halte dicht. Ich bin jemanden aus der Hauptrolle. Gehörst du auch zur Avalanche? Sowas ähnliches. Wartet! Ich lenke die Gardisten an. Währenddessen bleibt ihr oben über die Trägerkletter. Wir suchen nach Flüchtlingen. Ist Ihnen irgendwer aufgefallen? Lassen Sie mich mal überlegen. Nein, das können Sie nicht gewesen sein. Oder doch? Schon gut! Begeben Sie sich nach Hause! Warten Sie doch kurz. Es fällt mir sicher gleich ein. Also... Sie stören die Faltung. Verschwinden Sie! Irgendeine Spur? Wir durchsuchen gerade die Häuser! Wacht hin! Sie dürfen uns nicht entwischen! Das ist nicht mehr weit jetzt! Das ist nicht mehr weit jetzt! Bleibt vorsichtig! Und die anderen? Die warten unten. Der Geheimgang führt euch bis vor die Stadt. Noch dürfte er sicher sein. Nicht weit vom Keim. Gibt es eine Farm, auf der ein Bekannter arbeitet. Geh zu ihm. Und hier. Nehmt das. Ein Synthesemodul. Es ist ein Relikt aus den Zeiten der Republik. Damit könnt ihr Gegenstände herstellen. Vielleicht hilft es ja. Aber... Kriegst du kein Ärger, wenn du uns gehen lässt? Diese Stadt und ich haben noch eine Rechnung mit Shinra offen. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob all das hier richtig ist. Also haut lieber ab, solange ich euch lasse. Ach. Ah, ein Glück. Du bist unverletzt. Hm. Entschuldigung. Endlich. Wo habt ihr euch bloß rumgetrieben? Wir waren auf dem Date. Mit solchen Späßchen ist jetzt erst einmal Schluss. Klar? Gut, dann los. Eine Sackgasse? Ich spüre einen Lufthauch. Von hier. Zeit für ein Rammkommando. Ja. 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 Der Planet lebt ja wirklich. Ich hatte es fast vergessen. Und er wirkt noch stärker als wir alle zusammen. Das sieht nur so aus. Darum merkt niemand, dass das Ende schon nah ist. Ich muss noch viel lernen. Was willst du wissen? Zum Beispiel, wie man seinen Weg findet. Also das ist ja wohl simpel. Meine Devise lautet wie folgt. Immer brav, der Nase nach. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Nach Kalm kommen wir wohl erstmal nicht zurück. Denke auch. Los. Das ist der Anfang einer großen Reise. Nicht wahr? Ja. Dann wollen wir mal. Na dann, den Letzten beißen die Hunde, Leute! Nicht wahr, die Hunde. In der Nähe der Nase. Oh, okay. Ob die uns angreifen? Was meint ihr? Werden sie nicht. Woher weißt du das so genau? Aus meiner Grundausbildung. Jeder Soldat muss sowas wissen. Wildtiere greifen nur zur Jagd an oder um sich zu verteidigen. Ungeheuer hingegen attackieren ihr Gegenüber. Es ist noch nicht vorbei. Wildtiere greifen. Es ist vorbei. Hier. Bis hier und nicht weiter. Es ist aus. Das war's dann. Das war's dann. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020